Doch nie. Versuch nicht, das System zu verändern. Du hast dich dafür entschieden, in Deutschland zu leben. Dann weißt du, dass du Steuern zahlen musst. Dann lebe damit. Aber du kannst das System nicht verändern. Genau das will keiner hören. Das kann eben passieren, wenn du hier bist. Und sogar mir passiert das. Sie trauen sich nicht da rein, weil sie Angst haben vor Hate, vor Vernichtung von irgendwem... Ich sag dir ganz klar, wenn ich beispielsweise Ärzte, die wirklich schwer in der Notfallaufnahme sind und dort Operationen durchführen und sagen, und ich sage zum Beispiel, ich könnte diese Verantwortung nicht tragen, zu wissen, dass jemand auch eventuell sterben könnte wegen mir, dann bin ich für diesen Job nicht gemacht. Und wenn du in die Öffentlichkeit drehtest mit dem Wunsch, dass man keine Kritik bekommt und jeder das toll findet, was du machst, dann bist du für diesen Job nicht gemacht.